Warum sind die Schmerzen größer, wenn jemand einem anderen mit einem Stöckelschuh auf den Fuß tritt, als wenn es ein Turnschuh ist? Die Gewichtskraft der Person ist auch in jedem Fall gleich groß. Den Unterschied macht hier der Druck. Druck ist die Kraft, die senkrecht auf eine Flächeneinheit wirkt. Umso kleiner die Auflagefläche des Schuhs, umso größer ist der Druck, den er ausübt, da sich dieselbe Kraft auf eine kleinere Fläche verteilt. P ist gleich F durch A. Die Maßeinheit für den Druck ist Newton pro Quadratmeter. Man bezeichnet diese Einheit auch als Pascal. Die Bezeichnung soll an den französischen Physiker Blaise Pascal erinnern. Oft sieht man Druckangaben auch im Bar, wobei ein Bar 100.000 Pascal entspricht. Der Luftdruck auf Meereshöhe entspricht in etwa einem Bar. Auch im Wasser spürt man einen Druck, besonders beim Tauchen. Dieser Druck entsteht durch die Gewichtskraft der Flüssigkeitsteilchen, die sich über der Person befinden. Man nennt diesen Druck den hydrostatischen Druck. Der hydrostatische Druck wird mit zunehmender Eintauchtiefe größer, da sich viel mehr Teilchen über dem Taucher befinden. Pro 10 Meter Tiefe kommt in etwa ein Bar hinzu. Das sieht man auch an der Flasche. Der Strahl spritzt umso weiter, je tiefer die Öffnung liegt. Der hydrostatische Druck ist also umso größer, je höher die Wassersäule über diesen Punkt ist. Der hydrostatische Druck des Wassers wird in Kraftwerken zur Erzeugung von elektrischer Energie genutzt. Dazu wird Wasser in Stauseen gesammelt. Öffnet man die Schleusen, so fließt das Wasser durch den großen Druck hinaus und treibt dabei Turbinen an. Da der Druck mit zunehmender Wassertiefe steigt, müssen die Staumauern unten dicker sein als oben, damit sie dem Druck standhalten können.